ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem netz play zu empire und wir waren ja in der letzten folge ja in der letzten mission wieder eingestiegen und müssen hier uns jetzt um den phobos mond hier kümmern dem es mal einnehmen von der von den erdlingen und genau wir hatten uns jetzt mal hier schon aufgebaut die ressourcen sind endlich das ist natürlich kacke muss man ganz ehrlich sagen dass es kacke gut ist also gut das gold ist weg das heißt wir kriegen keine roboter mehr erwartet man könnt ihr könnt ihr euch hier drauf na schade okay egal gut das heißt wir brauchen hier transport einheiten um uns da kommen nächste verstärkungen an ihr sehr gut das heißt da kommt noch mehr verstärkungen karpatsa sehr schön vereinigte staaten ja im prinzip wie gesagt ja letztens ein bisschen unordentlich wie ich hier gerade die folge an moderieren ist aber wir haben wir beim letzten mal wie gesagt einiges aufgebaut hier unten und genau müssen uns jetzt um die eroberung des mondes kümmern wir kriegen dafür immer weiter verstärkungseinheiten von den verbündeten die wir in der letzten folge eingenommen habe hier und hier chernobyl und bakersfield oder wie das heißt und ich dachte ich wollte schon sagen verstärkungen eingetroffen ja wunderbar da kommen sie doch schon wieder hier die geht immer auf meine bürger die gehen immer auf meine bürger was zur ihr seid so für solche feigliche so die bürger können jetzt nämlich mal hier vorne hingehen gold und eisen und mal welterung kanonen aufbauen ganz genau und ja hier an die grenze einfach so und dann können wir uns ja quasi einheiten sparen weil schaut euch das mal an ich glaube einer muss auch einen weltraumhafen oder so was aufbauen und wir brauchen dafür kohlenstoff und wir haben keinen kohlenstoff unangenehm aber hier unten ist ja kohlenstoff da unten ist kohlenstoff so wer schießt denn hier wir werden angegriffen wo kommt die denn her wo kommt die denn her ach das ist ein stinger soldat oder sowas eine bazooka okay wo kommt jeder der ich dachte wir haben euch vertrieben hier so gut dass wir die verstärkung hier gekriegt haben und was ist das da da kommen das sind unsere okay das sind unsere hahaha nix da wir haben hier türme aufgebaut bzw geschütze ja sehr schön so da kommen kommen sie wieder freude kommt ihr dann her stärkung ist wieder eingetroffen schaue ich das an wie viele einheiten wir haben hier mittlerweile ist es krass wartet mal wo ist mein anderer general shit buta kwai wo ist khan sundow schwerer mörser wo ist khan sundow gute frage ist er das schwerer mörser sturmsoldat wo ist khan sundow das frage ich mich jetzt wirklich naja gut keine ahnung wo der ist da ist er doch was du denn da unten mit deinem laser schwert star wars typi was machst du denn da unten naja gott egal gut dann baut ihr hier noch ein weltraum doch gleich auf bitte wenn wir das kohlenstoff dazu bekommen was zur und wir schon wieder her hier geht mal bitte zurück das können die roboter machen das ist kein problem dann stelle ich die mal bitte da unten hin jawohl das ist das ist easy so ja also die ziel ist schon ordentlich ab muss ich sagen wir du gehst mal bitte den ton hier reparieren ja diese einheiten hier die werde ich wahrscheinlich gleich an die grenze ziehen warum kriegen wir denn jetzt keinen kohlenstoff dass das braucht auch kohlenstoff dass diese neue siedlung ernte braucht auch kohlenstoff das ist halt das blöde okay das heißt ihr könnt auch nichts mehr ernten ihr geht bitte nach da unten zur hilfe so okay oh ja schau dich das an wir kriegen gut verstärkung das ist gut da sind die verbündeten ja endlich mal nützlich hier gut hallo fährst du fährst du was machst du kollege der ist eingebaut okay der ist eingebaut okay ja nicht weiter schlimm die kriegt ihr wie sie ganz diese hier kein problem wirklich null problem und er brennt warum brennt du oder raus du ach jo jetzt hört doch auf wirklich team maniken hier die ganze zeit das ist einfach krass aber gut ja null chance eigentlich da kommen noch mehr panzer ah geil okay 480 500 wir können ein weltraum doch aufbauen hier unten und damit können wir dann sehr wahrscheinlich transporter bauen um auf den hund phobos abzu wo wir einheiten auf dem hund phobos absetzen können nehme ich mal stark an dass das so ist so oder und gewollt schaut euch das mal an hier raum kapitol schiff raumbasis raumtransporter genau raumkorvette um immels willen müssen wir hier echt eine weltraumschlacht schlagen oder was ist hier los bau erstmal bitte einen raumkapitolschiff raumkapitolschiff boah was ist denn jetzt hier das beste korvette basis oder raumkapitolschiff ich mein oh wir haben begrenzte ressourcen ne ja die aber ja nicht wirklich also die gehen ja leicht kaputt so was könnte man hier am besten bauen ja die haben wieder hier was zu tun so dann geht ihr bitte mit kohlenstoff sammeln wir werden angegriffen ja 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 also so langsam ist wirklich mal gut hier oben so doch wir bräuchten hier oben mal laserkanonen wartet mal wir brauchen da oben mal ein paar affärgeschütze wenn das wäre wir dürfen so damit wir die vielleicht von dem gold und eisen gold und eisen ja das passt doch zum Beispiel die vielleicht von dem ab äh am absetzen der ganzen mannequin immer hindern können das wäre doch schon mal was so dann machen wir das mal ich weiß ja nicht wo die herkommen hier na das ist ja so komisch aber gut ähm wir haben fast kein gold mehr gold und eisen äh wir haben kein gold mehr ich würde sagen wir brauchen einfach mal brauchen wir einfach mal einen transporter gucken wir mal ähm wie viel da überhaupt rein passen die Panzer müssen hier stehen bleiben oh oh geil okay ein raumtransporter 30 okay das ist schon ordentlich 30 oh shit und wir haben jetzt gar kein gold mehr okay äh lass das so wo ist hier okay okay hier unten wieder ähm da passen 30 einheiten rein wartet mal so wo kommen die her aha guck mal es sind gar nicht mehr so viele die da herkommen hahaha aber wieder ein bürger natürlich mal wieder weg ne ja dass der panzer sich hier nicht bewegt ist auch ein bisschen doof ja wobei bleibt ihr immer da vorne stehen bitte ach ihr kommt da nicht hin äh okay doof scheiße gelaufen äh aber hier können wir doch alles zugleistern so gold und eisen ja das haben wir ja eisen haben wir ja noch ja wir müssen tatsächlich mit dem auskommen was wir hier kriegen ja gut das ist natürlich das wird interessant aber hey guck mal vielleicht sind das ja die raumkapitolschiff ne pju pju explosion haha so ich würde jetzt gerne wissen wo die ganzen manniken immer herkommen wir werden angegriffen das sind die roboter ne ja genau wo kommen diese manniken immer her ihr macht danach bitte ah guck mal ich hab da was gehört so ein windes geräusch ja da ok haha sehr gut das heißt da waren die transporter die da immer ok wunderbar das heißt wir können hier die zurückziehen sehr schön sehr sehr schön und ihr kommt bitte mal ein bisschen was zurück so das heißt aber auch dass wir hier diesen panzer noch mal reparieren können dann werde ich nämlich gleich mit panzer rüber gehen mal gucken was wir mit denen so alles ausrichten können ja wir haben kein gold mehr shit können nichts mehr bauen hier wir können nichts mehr bauen außer diesen einen transporter naja das ist äh echt geil ansonsten hätte ich eigentlich gerne ah guckt mal ja da sind noch 400 gold hier und ist da auch noch eine goldmine oder ja oder haben die alles abgeerntet die säcke eisen ist da noch 5000 ja ich brauche aber gold wartet mal äh ja das sind nur die ok dann braucht ihr bitte diesen letzten gold verdammt wer kein gold so bebrochen gold für mehr einheiten äh also wir haben einen transporter ich weiß nicht ob das reicht ich weiß nicht ob das reicht leute was ist denn jetzt hier ach so das ist meine unsere katze mit dem mit dem ball okay so dann mach mal bitte hier eine neue basis auf hier unten am besten so an dem gold die 400 gold will ich noch haben so das heißt dann aber auch wie viele so versuch das mal ah moment ich werde erstmal speichern gleich da ist schon voll okay ach so ist schon voll okay speicher das mal bitte unter asiaten jawoll dankeschön und dann versuchen wir das mal hier auch zum mond phobos zu gelangen mit unseren panzern wir werden eingegriffen oh nein nicht die bürger auch nicht genau jetzt das ist doch gemein das ist doch echt gemein hier so dann schauen wir mal machen wir einmal einen weltraumflug ja wir machen einen weltraumflug mit unserem raumtransporter das sieht schon geil aus ja so ist so meine katze wird irgendwie ein bisschen verrückt da ist noch ein transporter von der erde okay die sitzen aha okay ja dann macht das mal wieder weg vielleicht brauchen wir das ja gar nicht die sitzen also da unten immer an da ist also der spawner okay nein lass mich gefälligst in ruhe oh danke so die ist abladen so dann ja dann lad die lad das ab shit 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 abladen und weg weg aua scheiße boah haben die viel hier boah das gibt es ja nicht die haben Artillerie kacke na toll die haben eine Artillerie die Au shit okay keine gute idee dann machen wir das mal anders wir können hier zum lgladen dann hatte ich jetzt nämlich er wohl die roboter brauche ich eigentlich für die mäniken die da immer kommen wartet mal dann machen wir das jetzt halt so nein um himmels willen ja dann macht das mal bitte so und die panzer können bitte mal nach mir unten so dann nehme ich jetzt nämlich die hier mit weil so viel anti luft haben die nicht dann macht man noch mal an lot so und ihr ihr könnt da rein ja ja erde ist okay was macht ihr jetzt bleibt erst mal da stehen ich werde das erst mal hier wird versuchen sind zwar nur 11 einheiten aber vielleicht reicht das ja weil das ja lufteinheiten sind ich hoffe es zumindest mal so das heißt auch mit denen hier unten kann ich ja da kommen sie schaut euch das an da unten kommen sie so und die die verteidigen sich natürlich nicht ist klar guckt mal da unten ist deren sammelpunkt hier okay dann fahren wir da jetzt halt mal hin mit unseren panzern so gut aufhalten los sagt sehr gut alle platt machen bitte gut und ihr hier ich hoffe dass das klappt ja wobei wartet mal versucht mal bitte außerhalb des feuers abzusetzen müssen weiter nördlich vielleicht ist da oben keine kanode wer weiß ja ist in ordnung so scheiße da ist auch eine kanone da sind überall kanonen hallo setzt doch ab so okay ja okay irgendwas okay hahaha ja aber das ist besser schaut euch das an das ist besser und jawohl sehr gut da macht ihr bitte die laser kanonen weg ja das ist viel besser okay deswegen liebe ich meine aris roboter seht ihr das deswegen liebe ich meine aris roboter hahaha weil die einfach fliegen können und hoch mobil sind so nein aber das ist gift hier das ist echt gift okay aber wir haben selbst heilung das ist gut so macht den tag schon wieder ein skywatcher macht den skywatcher weg jede einheit zählt hier so verdammt nochmal perfekt heute perfekt wunderbar das heißt wir müssen ja einfach alles platt machen oder wie die haben gesagt erobern ich weiß jetzt ich weiß ja nicht vielleicht dass ich die türme jetzt noch platt machen aber dann brauche ich auch gold für noch ein transporter weil hier sind unendlich ressourcen okay also der phobos ist sehr wichtig nach hier diese panzerfabrik im arsch so da das hier bitte nicht weil der geist in der maschine ist klar so gut das heißt dann dass wir hier fertig sind mit dem mond phobos ja das ist doch gut dass wir hier die lufteinheiten wir haben meine lieblings roboter okay dann ist hier noch irgendwas ja da sind noch kanonen weg damit weg machen auch wenn das ewig dauert aber ist in ordnung so nein hör auf nicht auf das kapitol schießen was heißt denn übernehmen sie phobos okay also das heißt wir brauchen tatsächlich noch ein transportschiff kannst du denn eine bombe drauf geht das das geht okay interessant okay hier sind überall laser kanonen das unglaublich überall laser kanonen die verrückten so ihr kämpft euch bitte hier durch so werden wir denn hier angegriffen ach okay schaut mal und hier unten ja ja die irgendwie sehen diese panzer schwach aus von den erdlingen so und ihr bitte hier ja guckt noch mal hier bitte ob hier noch irgendwo ein geschütz ist ja tatsächlich meine güte ja hier geht wieder das die schlacht ab so dann könnt ihr hier bitte weiter bauen so wir brauchen gold das nicht zu wehen in das nicht zu knapp so das heißt du bitte und du bitte nochmal hier komm bitte hier hin und bau das ding fertig wir brauchen diese 400 gold unbedingt so alles klar so dann haben wir jetzt hier nämlich abgesichert was was kommt die denn jetzt hier her wartet mal die panzer wo kommt die denn her oh gott ich hoffe nicht dass jetzt die bürger platz schießen lasst bitte die bürger in ruhe ja da sind sie okay aber das sind minderwertigere panzer ach quatsch was mache ich denn ja 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 warte mal moment hier oben ne ok alles klar dann zieh die bitte noch hier mit nach vorne so und ihr seid fertig ach gott sei dank so dann haben wir hier 31 gold ja gott sei dank so wo kommt denn die panzer hier ständig her ah ok da müsste man also noch ein paar dings aufbauen laser kanonen da sind die panzer ok wir werden angegriffen ja tisch 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 so hey mach dich hier so aua ey die ziehen ja doch mehr ab als ich dachte ja ist schon ordentlich so ok wo kommt ihr her lasst doch das ding in ruhe hallo hallo nicht da drauf schießen oh 200 ganz knapp ihr bleibt jetzt mal bitte in der ecke verdammt nochmal so ähm das heißt wir haben jetzt hier unten können wir die zusammen ziehen ne so was wir können hier unten nochmal eins machen so dann haben wir hier oben können wir nämlich einen transporter jetzt endlich bauen ja raumtransporter dann brauchen wir den raumfahrt linie ach der ist schon hier okay die ist schon hier da ist auch schon unser transporter sehr schön bitte hier hier durchfahren so wartet mal die kommen wie jetzt ach so ja ja ok shit shit freunde hallo boah wie stark sind die bitte wir müssen hier auf jeden fall ja ja da sind sie auch schon weg die 700 die 400 gold ok heißt aber auch das war hier hier unten laser geschütze aufbauen müssen so viel traum geschütze unbedingt freunde wo kommen die immer her vielleicht ja doch nicht hier wartet mal wo kommen die immer her ach shit man ich kann es nicht verhindern dass die hier angeschissen kommen irgendwie nicht ne so du machst hier bitte einmal entladen du machst bitte hier einmal eine bombe so ja dann mach es halt so kaputt shit ok auf zum mond general unser feind respektiert uns nicht also müssen wir in lehren uns zu respektieren alles klar ja gut dann machen wir das halt äh haben aber noch zwei minuten ich glaube wir machen jetzt noch hier kurz die ressourcen abdeckung und dann baba genau so dann können wir hier nämlich schön ja das wird jetzt nämlich langsam ein bisschen blöd hier die yamato ist eingetroffen oo ok yamato kapitolschiff w category wa school was gibt's hier verheerender todesstrahl ne star wars style 바� vost du style hier Ja, das wird jetzt böse. So, dann geht ihr bitte alle auch hier rein. Du auch. So, dann brauchen wir hier bitte einmal... So, was haben wir jetzt? Der Boot kann als vorgelagerter Stützpunkt für Angriffe auf die Erde genutzt werden. Ja, machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, was gibt es auf dem Mond? Das ist echt eine gute Frage. So. Ja, ihr macht jetzt hier natürlich wieder, ihr habt wieder Spaß hier, ne? Ich würde echt gerne diese Angriffe hier unterbinden, aber irgendwie... Verdammt nochmal. Ja gut, nee, dann machen wir es anders. Dann nehme ich die jetzt halt so mit. Ähm, Transporter, du kommst bitte hier runter. Aber wir haben Folgenende eigentlich erreicht, aber ist okay. Ah, was kommt da? Ach, guck mal, wir haben noch Raum von Raumkorrekken. Okay, nehme ich auch mit. Ganz klar. Ah, da sind wieder... Nein, 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 nein aufbauen so was haben wir hier hier war was rotes auf jeden fall okay die panzer können wir hier unter binden sehr gut die amato also okay schon krass ja okay dann können wir die sachen aber okay das heißt wir können hier die blöden panzer abfangen finde ich gut und ansonsten die mäniken die hier immer kommen die machen wir so naja da kommen sie auch direkt wieder was machst du denn kann so hast du mal bock mal ein bisschen zu kämpfen oder wie ja okay ja dann machte die platte dann kann so du schießt du drauf sagt mal guckt euch das bad hier diese einheitenmassen es ist krass es ist krass so den transporter brauchen wir noch 31 minuten wir müssen langsam wo kommt die denn jetzt her sag mal wo kommt die einheit näher was speichern bitte wo kommt die einheit der wir haben alles platt gemacht von denen macht mal hier bitte also nein 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 wo kommen die her ja die haben hier ihren kommen die doch durch die kommen doch durch raumbasen ach das sind guckt mal da können wir raumjäger produzieren ach okay ja die haben wir jetzt natürlich ihren spaß hier unten ist klar so fertig so genau und ihr kommt bitte mal hier runter so und wir brauchen hier oben hat definitiv verstärkung machen aber hier bitte einmal eine neue erbaut das so könnt ihr euch wenigstens mal schön hier aber ernten wir werden angegriffen so ja auch ein paar panzer hier so gut freunde dann würde ich aber dennoch sagen wie es hier weiter geht sehen wir dann beim nächsten mal wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein abo da und dass die glocke läuten er würde ich mich sehr freuen jetzt jetzt gerne weiter den kanal und dann würde ich sagen schönen abend oder schönen dach tschüss tschüss